so liebe freunde heute ist das paket gekommen von tupac vr dem besten vr youtube channel den es gibt mit dem demu paket ihr habt zwar wahrscheinlich schon sein auto unboxing gesehen was alles drin ist also hier sind die karten mit dem text von marketing managerin zwei hefte sind hier drin von den zwei dungeons wo noch mal alles erklärt wird hier sind die tabletop würfel sind wo auch ich mich leider nicht mit auskenne die aufkleber sehr schön und das geilste die figuren nehmen wir einmal klepto der ogre ist hier drin elfenpriester und eine kretzratte ja supergeil vielen vielen dank an tupac vr also ich habe mir vorgenommen die figuren irgendwann mal zu bemalen wenn man zeit ist früher habe ich das mal gemacht ist zwar schon 25 jahre her hier bei hero quest habe ich damals die figuren alle bemalt und ja und dem hier die figuren sind auch so geil werde ich das auch irgendwann mal in angriff nehmen noch mal vielen 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 dank an tupac vr supergeil ich freue mich riesig und ja ich hoffe wir sehen uns aber über dem jo wieder ciao